Meine Damen und Herren, so wie wir hier versammelt sind, junge Kameraden, weil das Leben seines Volkes so müßfaches Amel sein und zusammengehören das ganze Volk, so war es leider nicht immer. Einer wollte den anderen nicht verstehen, jeder dachte nur an sich vollständig seine Plätze und wir selbst sind nur die Zeugen der Folgen, diese Verwirrung des Teckens gewesen, ihr müsst in eurer Jugend euch bewahren, was ihr besitzt, das große Gefühl der Kameradschaft und der Zusammengehörigkeit. Wenn ihr das nicht preisgeben werdet, wird eine Welt mit euch nie zu nehmen verwöhnen und ihr seid dann einmal als Volk genau so festgefühlt, wie ihr jetzt jetzt seid als deutsche Jugend, als unsere ganze Hoffnung, unseres Volkes so über sich und unser Glaube. Denn ihr, meine Jungen, ihr seid die lebende Garanten. Ihr seid das Leben in Deutschland zu tun, nicht eine leere Idee, nicht ein leerer Mobilismus, ein flaches Schemen. Nein, ihr seid das Leben in Deutschland zu tun, nicht ein leerer Leben, 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 ein leerer Leben. Nein, ihr seid das Leben in Deutschland zu tun, nicht ein leerer Leben, ein leerer Leben, ein leerer Leben.